Moin Leute, hier zurück bei Koff2D World War 2 Multiplayer und zwar Herrschaft Öffentliche Spiele natürlich, was anderes mache ich nicht. Mal schauen hier, wie das gleich wieder abgeht oder nicht Wie hier Karte ist, Gustav Cannon, okay Herrschaft Gustav Cannon, okay, die ist ein bisschen anstrengend Gut für Sniper übrigens, die Map hier Mal schauen, was ich hier reißen kann und was nicht Der übelste Punkt ist hier oben auf der Kanone drauf, der ist ein bisschen nervig Mal gucken, wie man ein Team ist, also ich bin auch, wie gesagt, ein Noob in dem Spiel, deswegen könnt ihr auch nichts erwarten von mir Und ja, wir schauen einfach mal, wie ich abschneide Aber ich probiere mal ein Bestes Do it Vielleicht jemand, vielleicht jemand von euch hier, wie das sieht, vielleicht spielt ja einer von euch auch das Spiel Und vielleicht Clips oder so, was ich an Waffe nehmen sollte und was nicht, was ich spielen sollte und so Weiß nicht, gibt's da irgendwas, so ein Guide oder so, weiß gar nicht genau Ja, wär cool, wenn nicht, schade Aua Wir erobern Bertha Das war schon mal gut Das ist richtig, das ist eigentlich nochmal an mir Ah, ich hab einen erwischt So, unten ist doch einer, oder? Da schießt doch einer dahinten Ah, äh, 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 äh Okay, trotzdem erwischt irgendwie Cäsar wird eingenommen, Gegelanden! Quatsch, Cäsar wird eingenommen, was soll das? Nicht gut Boah Ich bin schon verarscht gerade Gerade hat er hingeschmissen, auf der anderen Seite geschossen und er konnte nichts machen Boah Wir nehmen C ein Da musste ich, hab ich nachgeladen, nicht gut Ziemlich ausgeglichen gerade Wir brauchen Verstärkung Wir nehmen C ein Cäsar gehört uns Aufklärung in der Luft Der Feind nimmt C ein Wir haben die Feuer hoch Ah, verdammt Ich hab mich über... ey, wir drücken hier weg Der Feind nimmt C ein Ne, C, den gibt's nicht, ist meiner B ist der wichtigste Punkt übrigens in der Web, ja Anton wird abgeriegelt Anton wird abgeriegelt Cäsar ist verloren Wo ist der Penner? Da Wir nehmen C ein Ich wusste es doch, ich hab ihn nicht gesehen, was zu dunkel war Gibt's nicht Shit Wir halten Cäsar Wir halten Cäsar Die Aufklärung sucht nach Zielen Sieh da nicht drauf Nein Ich krieg's nicht hin Oh, drei Leute waren da gerade rum Der Feind der Obert Cäsar Mit X-Bombe wird abgeworfen Aufklärungsflieger in Bereitschaft Die Aufklärung sucht nach Zielen Wup, 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 wup Wup, wup, wup Aufklärungsflieger abgeschossen Aufklärungsflug abgeschlossen Ah, irgendwie noch wer bestellt Hilfe Ja, mach's das so Ich weiß, ich bin fieser Fieser Killer Aber es läuft Anton wird abgeriegelt Ok, jetzt haben sie mich erwischt Oh, guter Run Gerade, guter Run Ich bin sehr stolz auf mich gerade Wo ich ja nicht nur Player bin Wie man sieht Wie man sieht Man läuft zwar nicht Wo sind sie denn? Mit X-Bombe bereit Fritz X-Bombe Fritz X-Bombe-Mission ist gestartet Was? Der war vorher schon kaputt Schade Oh Sind da noch genug Leute drinnen? Ja Kann ich sagen Ich hab mich ja schon aufgehoben Halbzeit Ok, jetzt wird's uns schwieriger Jetzt fangen wir auf der schlechten Seite an Ich glaub ich zumindest die schlechte Seite Ah, ok Ja, läuft bei ihm Läuft Herrschaft So, ganz schnell wieder nach B hoch Hängt an eurer Ausbildung Macht und Stolz Anton wird abgeriegelt Der Feind kontrolliert C A eingenommen Wir haben Rückenwind Ja, wo ist denn das da? Wir nehmen B1 Artillerie ist bereit Wartet auf Koordinaten Wir holten Wärter Höh? Artillerie? Wo ist denn das? Batterie 1 feuert Zielposition bestätigt Feindlich Aufklärung Ah, hier falsch die Seite nicht flickt Unsere eigene Sehr schlau gemacht Urin Sehr schlau Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft Oh, oh Nein Durch die Lücke geschossen da, oder? Jo 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 Ja genau abgepasst Hat er mich abgepasst Nein Ritz X Bombe wird abgeworfen Ah Ritz X Bombe wird abgeworfen Boom Aufklärung in der Luft Nein Er hat uns noch einmal genommen Aber er hat mich nachher mit dem Freund weggemacht Feindkontakt bei Berta Feindkontakt bei Berta Ok, Berta, Berta, Berta Nicht gut, nicht gut, nicht gut Berta wurde überrannt Vorräte sind in der Luft Den Zielbereich schützen Wir nehmen B ein Oh, oh Boah, Sniper Boah Wir halten Berta Tieflieger im Anflug Wirft Brandbombat Tieflieger, oh oh Der Feind nimmt B ein Hilfe Hihi Wie man sieht, snipern kann ich nicht Ja, mit dem Controller läuft das nicht so Boah Gut, bei dem läuft es eben besser Wir haben hier schön ins Gesicht geschossen Ach man Nicht gut erwischt Aber wir werden gewinnen Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es Anton ist verloren Der Feind erobert Berta Können wir denn rein? Der Feind gehört uns Hä, der war hier doch irgendwo Berta wurde überrannt A eingenommen Oh, der hat sich irgendwo versteckt Mal gewartet Mann Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft Feindliche Bombe im Anflug In der Körner wird abgelehnt Wir wollen damit da Der Feind erobert Anton Der Feind erobert Anton Ok Feindkontakt bei Anton Wir verlieren Caesar Anton ist verloren Ok, jetzt haben wir Seiten wieder getauscht Feindliche Bombe im Anflug Wir verlieren Caesar Boah Jetzt kriegt doch gerade alles ab Ja, das ist natürlich wieder klar Du wirst direkt auf mich ein Feindkontakt bei Berta Wir nehmen C ein Punkte, 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 Punkte Komm, 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 lauf, lauf, lauf Regeln Caesar ab Wo ist der? Der war hier irgendwo im Haus Regeln Caesar ab Caesar abgeriegelt Hehehehe Hehehehe Bertha wird abgeriegelt Also noch gut rangekommen Wir halten Bertha Aber keine Chance Gegen mich Sieg! Fuß gekämpft, das war ein wichtiger Tag Ja, das war wieder eine gute Runde Zweite an diesem Tag Sehr schön So, ok Cringe Ja, wunderschön So kann man spielen oder auch nicht Wie sage ich mit normaler Ähm, ja Freizeit Spieler Und dafür siehts eigentlich ganz gut aus Abschlüsse 27 Tode 14 Aboeberung 8 Verteidigung 2 Ja, das war schon mal gut Mal gucken, ob ich wieder befördert werde Ich bin sogar erster Ich bin sogar erster Und ich krieg keine Kiste Was? Wieso krieg ich keine Kiste? Oder hab ich eine gekriegt? Ich weiß gar nicht So Ja, so kann man stehen lassen würde ich sagen Und dann sehen wir uns hier dann beim nächsten Mal wieder Reingehauen Tschüssi einfach Ja, ich bin Ich bin Ich bin Kiste Ich bin